Hallo, mein Name ist Tobias Spröte, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Möwe Bikes GmbH und heute möchte ich Ihnen unser nagelneues Möwe Franklin mit Rohloff-Schaltung und innovativen Sci-Fly-Antrieb vorstellen. Hinter mir befindet sich nun das brandneue Möwe Franklin in der Rohloff Edition. Dementsprechend natürlich dabei die Rohloff Speedhub 514. Ich denke mal, die Spezifikationen sind den Kennern natürlich bekannt. Die Rohloff zeichnet sich durch eine absolute Robustheit aus, durch seidenweiche Schaltvorgänge und sie haben für jede Fahrsituation einfach den passenden Gang mit dabei. Um das Fahrgefühl dieses Premium-Produktes abzurunden, setzen wir am Antriebsstrang auf den Sci-Fly-Antrieb. Der Sci-Fly-Antrieb wird komplett in Deutschland hergestellt und bei uns im Hause entmontiert. Deshalb gewerben wir Ihnen natürlich auch immer 5 Jahre Mobilitätsgarantie auf den Antrieb. Und der Sci-Fly-Antrieb ermöglicht Ihnen durch die patentierte Mechanik ein leichtes Radfahren. Das heißt, Sie sind einfach entspannter unterwegs, länger unterwegs und gleichzeitig auch noch zügiger. Damit haben Sie in dieser Kombination einen einzigartigen Antriebsstrang made in Germany, der Ihnen ein unvergleichliches Fahrgefühl offenbaren wird. Wie bei allen Möwe-Modellen natürlich auch üblich, der handgefertigte und handlackierte Aluminiumrahmen, der auch bei uns sehr, sehr aufwendig produziert wird. Um das Gesamtpaket abzurunden, setzen wir auf Premium-Komponenten wie den Son-Nabendynamo, die Supernova-Leuchte oder auch den Ergon ST-Core Prime. Alles extrem geniale Komponenten. Wer diese einfach schon mal hatte, der wird sie nie wieder missen. Und jetzt habe ich Ihnen natürlich sehr, sehr viele Details von dem Fahrrad schon verraten. Nutzen Sie einfach jetzt unsere Try-and-Buy-Aktion. Das heißt, Sie brauchen nur unterhalb des Videos auf Ihre Wunschfarbe dieses Möwe-Franklins zu klicken. Sie kommen dann in unseren Shop-Bereich und können sich für eine Unkostenpauschale in Höhe von 169 Euro das Fahrrad für 40 Tage nach Hause senden lassen und es dann ausgiebig auf Herz und Nieren testen. Wenn Ihnen das Bike dann zusagt, wovon wir natürlich ausgehen, werden Ihnen die 169 Euro auf den Kaufpreis angerechnet. Jetzt habe ich genug erzählt. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Ihr Tobias Spröter